Heute spreche ich darüber, warum man sich einen Ernährungsplan am besten erstellen lassen sollte, warum man nicht auf Vorlagen zurückgreifen sollte und vergleiche hierbei auch einen kostenlosen im Kontext auch zu einem kostenpflichtigen Ernährungsplan, warum und wer letztlich auch einem einen Ernährungsplan zur Verfügung stellen kann und welche Zielsetzungen man damit auch verfolgen kann. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als einer von 155 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei, sich endlich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen, heißt ihre Wunschfigur zu erreichen, abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu reduzieren und sich auch endlich wieder mit ihren emotionalen und mentalen Befindlichkeiten arrangieren zu können. Die Erstellung eines Ernährungsplans basiert ja grundlegend auch schon mal auf verschiedenen Zielsetzungen, die eine Person mit einem Ernährungsplan erreichen will. Die liegen hier auch in den Teilbereichen, einen gesunden Lebensstil an den Tag zu legen, abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern oder aber auch gezielt individuellen Einschränkungen oder Befindlichkeiten auch gerecht zu werden. Und somit ist dieses Thema auch wiederum sehr individuell zu betrachten und auch sehr facettenreich. Nun, wenn eine Person auf mich zukommt und im Hintergrund auch einen Ernährungsplan zu handhaben will, dann ist häufig auch mit eines der Themen, dass man versuchen will, auch hier die Eintönigkeit zu reduzieren. Man kennt es ja von sich selbst, man hat vermutlich so die fünf bis zehn Rezepte Mahlzeiten, die man Tag ein, Tag aus zu sich nimmt. Da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass zu einem gewissen Grad mal auch irgendwann Eintönigkeit einkehrt. Das bringt dann auch natürlich im nächsten Schritt schon wiederum einen der eingangs eingesprochenen Themen mit sich. Vorlagen, die man irgendwo im Internet oder auch online findet, können diese Individualität natürlich auch nicht gewährleisten. Also da ist natürlich dann auch langfristig schon mal wieder Eintönigkeit vorprogrammiert, weil die wenigsten Vorlagen auch einen Zeithorizont von mehr als zehn bis 14 Tagen abdecken. Gleichzeitig ist da natürlich auch eine gewisse Überforderung meines Gegenübers ein Thema, was in Deutschland erstmal hindert, wirklich sinnvoll zu sehen, welcher dieser angebotenen Ernährungspläne oder zumindest Vorlagen führt mich denn nun wirklich auch einmal ein Ziel. Weil man selbst ja gar nicht weiß, was muss letztlich ein Ernährungsplan erfüllen, um eine Zielsetzung auch gewährleisten zu können. Heißt abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, einen gesunden Nebenstil zu etablieren oder natürlich im individuellsten Fall auch noch meine Einschränkungen mit dazu zu nehmen. Sei es aufgrund von Intoleranzen oder von Unverträglichkeiten. Und ja, da gilt es dann natürlich erstmal zu sehen, welche Möglichkeiten habe ich denn nun ganz konkret, um auch all diesen Bedürfnissen und Herausforderungen überhaupt gerecht zu werden. Und genau an dieser Stelle kommt dann auch ein Ernährungsplan zum Tragen, weil der will natürlich versuchen, deine Zielsetzung mit Struktur zu untermauern, aber auch gleichzeitig noch deine Individualität einfließen zu lassen, insofern, als dass du dich damit auch abgeholt fühlst und im besten Fall dann auch keine Einschränkungen auftritt. Deine Zielsetzung kann natürlich auch nur dann erreicht und gewährleistet werden, wenn eine Nachhaltigkeit in der Umsetzung gewährleistet werden kann. Und dazu braucht letztlich auch ein Ernährungsplan Einkaufslisten, damit auch im Supermarkt schon mal Klarheit herrscht und man idealerweise hier nur noch sieht, okay, welche Lebensmittel brauche ich, um die nächsten Tage, die nächste Woche auch vorzubereiten und dann im Supermarkt nicht irgendwo noch Verwirrung aufkommen zu sehen, okay, ich habe zwar jetzt die Rezepte zur Hand, aber ich weiß ja gar nicht, wie viele Lebensmittel ich, bezogen auf den jeweilig zugrunde liegenden Zeithorizont, dann überhaupt auch zur Hand brauche. Und damit haben wir schon eigentlich auch alle Themen und Herausforderungen zur Hand, die letztlich auch ein Ernährungsplan gewährleisten muss, um dich dann auch wirklich nachhaltig und langfristig an eine Zielsetzung zu bringen. Betrachte den Kontext, einen Ernährungsplan, gerne als bewusstes Outsourcing dieses Teilbereichs. Heißt, du musst dir nicht mehr selbst Tag ein, Tag aus die Fragen stellen, was finde ich denn jetzt heute noch im Kühlschrank, was kann ich wie verarbeiten, um dann idealerweise auch meiner Zielsetzung gerecht zu werden, sondern du weißt im Hintergrund auch schon auf Basis deiner Struktur und auch deiner Erfahrungswerte, wenn du mal längerfristig auch mit diesem Thema Ernährung wirklich auseinandergesetzt hast, was für dich denn gut funktioniert, was auch im Kontext vielleicht des Familienverbundes, deinem Partner oder deiner Partnerin gut funktioniert und was du dann auch wirklich langfristig in deinen Alltag integrieren kannst, weil nur dann hat ein Ernährungsplan auch überhaupt erstmal die Möglichkeit und die Chance, dich auch wirklich langfristig und nachhaltig an ein Ziel zu bringen. Diese Voraussetzungen können wiederum halt Vordrucke oder auch gewisse vorgefertigte Ernährungspläne, standardisierte Ernährungspläne natürlich nicht gewährleisten, weil sobald eine dieser Säulen bricht, ist es da natürlich von der Wahrscheinlichkeit her deutlich stärker gegeben, dass du sagst, ja gut, dann lasse ich es aber wieder sein und zähle das dann mal zu einem von meinen mehreren, vielleicht erfolgreichen Eigenversuchen mit dem Ergebnis zu sagen, ein Ernährungsplan, der kann ja nicht funktionieren, weil ich mich letztlich auf einen standardisierten Vordruck gestützt habe. Deine Ansprechpartner für einen Ernährungsplan und dessen Erstellung, nun dazu hast du verschiedene Möglichkeiten, und das geht natürlich erstmal über Mediziner und Ärzte mit einer Zusatzausbildung in Ernährungsmedizin, über Ernährungsberater oder Ernährungstherapeuten. Nur bitte prüfe bei diesen beiden Instanzen auch immer eine entsprechende Verifizierung und Ausbildung im Hintergrund. Ernährungsberater, leider auch wie Personal Trainer, ist leider ein nicht genormter und kein standardisierter Begriff, es ist kein standardisiertes Berufsbild und insofern ist es deine Aufgabe auch hier zu prüfen, okay, herrscht dort eine Zertifizierung, eine Ausbildung und falls ja, wie umfangreich wurde hier abgelegt. Beim Ernährungstherapeuten sieht es dann schon glücklicherweise ein bisschen anders aus. Dazu muss man im Hintergrund, wie es bei allen in der Regel therapeutischen Berufsbildern und Begrifflichkeiten auch der Fall ist, eine entsprechende Zertifizierung aufweisen. Aber zumindest bei diesem Begriff Ernährungsberater solltest du schon mal hellhörig werden und sehen, okay, welche Grundlagen und welche Ausbildung liegt dieser Person hier auch zugrunde. Wie in diesen Ausführungen, denke ich, auch schon klar wurde, sind die Zielsetzungen mit deinem Ernährungsplan sehr vielfältig. Und in diesem Kontext, wenn du dann auch auf kostenlose Ernährungspläne zurückgreifen willst, stell dir bitte die Frage, mit welcher Erwartungshaltung gehst du eine kostenlose Hilfestellung dran. Weil hier auch wieder dieses Zitat zählt, wer billig kauft, kauft doppelt. Heißt, du wirst hier mit deiner kostenlosen Hilfestellung oder Problemstellung vermeintlich nicht die Ergebnisse erzielen können, die du gerne hättest. Zusammenfassend lässt sich somit sagen, Ernährungspläne haben eine vielfältige Bedeutung, weil auch die Zielsetzungen, die man mit deinem Ernährungsplan erreichen kann und will, sehr vielfältig gestaltet sind. Es liegt nur letztlich danach an dir, dieses Thema wirklich bewusst outsourcen zu wollen und dann natürlich in der nächsten Instanz auch zu sehen, wer kann mir denn dabei wirklich helfen. Schaffe auch Klarheit über deine Situation. Also führ dir vor Augen, welche Rolle und welche Relevanz auch die Ernährung in den jeweiligen Zielsetzungen auch einnimmt und du dir zwangsläufig auch die Frage stellen musst, wie kann ich dieses Thema sinnvoll auch in mein Leben integrieren? Und damit auch mein abschließendes Plädoyer oder auch meine Bitte an dich, such dir dazu eine externe Instanz, weil du selbst wirst nicht die Muße, nicht die Zeit und auch nicht die Kompetenz und Fähigkeit besitzen, dir einen wirklich abwechslungsreichen, individualisierten Einkaufsplan auf Basis eines Ernährungsplans zu erstellen, der dir dann auch wirklich hier diesen Stress aus diesen Themenbereichen deinem Leben nimmt. Wenn du dich nun in diesen Sätzen abgeholt fühlst und sagst, das ist ohnehin ein Thema, das ich gerne angehen will, Ernährung für mich eigentlich ein Thema, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich das sinnvoll in meinem Leben integrieren kann, dann hast du auch hier die Möglichkeit, dass ich dich dabei unterstütze. Du kannst dir dazu auf meiner Homepage www.davidbachmeyer.com dein kostenloses Erstgespräch buchen zu deinem Wunschtermin, wo wir in der ersten Instanz in einem kostenlosen und unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei auch weiterhelfen kann und wir sehen, was ist dein Status Quo, was ist deine Problemstellung, Zielsetzung und welche Schritte benötigen wir, um dich dann auch zu deiner Zielsetzung zu bringen. Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal und meinen Podcast, um über fortlaufende Neuigkeiten und Themen von mir auch auf dem Laufenden zu bleiben und kontaktiere mich, wenn du dazu noch zu allen anderen Teilbereichen der Physis noch Fragen haben solltest, auch gerne auf Instagram, dort findest du mich unter meinem Namen, kannst mir eine direkte Nachricht schreiben und wir finden gemeinsam heraus, an welchen Stellschrauben du zur Erreichung deiner Zielsetzung noch drehen solltest. Und damit wünsche ich dir hier an dieser Stelle mit dem ganzen Thema Ernährung, idealerweise auch gemünzt in einem Ernährungsplan, viel Spaß und vor allem auch viel Erfolg und freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.